Er hat auch Liebe, direkt. Nein, zweimal. Dreimal. Komm, dreimal. Was ist denn los mit dir? Was ist denn mit dem dritten Mal? Das ist das Jahr der 2. Aber ich akzeptiere das, das ist auch eine Art von Akzeptanz. Ich wohne zwei Minuten von der Wiesn entfernt, zu Fuß wohlgemerkt. Im Epizentrum der guten Laune. Also ich kann wirklich zu Fuß innerhalb von zwei Minuten auf die Intersuf 2015 wanken. Und insofern ist mir nichts Menschliches mehr fremd. Was man hier erlebt, Theresienhöhe, das wollt ihr nicht wissen. Das kann man auch gar nicht senden. Abartigkeiten. Menschen liegen sich bis Sonnenuntergang weinend in den Armen. Und was sich dann in der Tiefgarage beim ehemaligen Lutz tut, das ist Porno-Hardcore. Guten Morgen, Liebster, sagte Sie am Frühstückstisch. Und ich dachte gleich intuitiv, ob er auch da stimmt was nicht. Da sah ich einen Kalenderblatt. Es war ein ganz besonderer Tag. Am Februar, dem 14. Herrschaftszeiten, Valentin. Wie warst denn du? Julian. Du bist der Julian. Wie alt bist du noch Julian? Fünf. Schau mal in die Kamera rein. Willst du deine Mama oder deine Oma grüßen? Nein. Nicht? Du mir jetzt echt leid, dass deine Mama oder deine Oma nicht grüßen. Dann mach ich das jetzt. Hallo Mama, hallo Oma. Ich gratuliere Ihnen zu diesem netten süßen Kind. Was ist denn das Schmetterling, oder? Ja. Möchtest du jemanden grüßen, jetzt mit vollem Mund? Dieser Singer macht gnarisch durch die Gleit. Sprich jetzt. Ach, nirgendwann nicht, oder was? Sprich jetzt. Drei, zwei, jetzt. Es ist vorbei. Wem gehört das Bier eigentlich? Das ist der Schi der Wim. Das Schi des Bier. Der Genitiv ist wichtig. Der Genitiv. Das Schi des Bier. Ach, lass ich das.